Hallöchen Freunde und ein herzliches willkommen zurück zu Fallout. Ja, heute machen wir es etwas chilliger. Wir machen eine kleine Baurunde. Wie war denn das noch? Hier im Umkreis sieht man so einen grünen Rand. Ja, wir säubern erstmal die Stadt, würde ich sagen. So ein altes Auto. Auch mal nicht mehr. 10 Stahl. Verwerten. Die Tür kann man so nichts machen. Verwerten. So, was haben wir hier? Hier haben wir das hier. Platzieren, abbrechen, verwerten. Ja. Kann man nicht einlagern? Enter. Kann man das nicht einlagern? Platzieren. Da muss ich das erstmal wohl hier platzieren. Verwerten, abbrechen. Nein. Ja, wir stellen erstmal dahin. So, was haben wir hier? Alte Bäume. Ja, die können wir lassen hier ein bisschen. Das ist auch gut hier. Auswählen. Den stellen wir mal dahin. Den stellen wir mal zu. Halt. Wo ist das Stühlchen? So. Den Baum, den... Den... Den werden wir ja. Ops. Da mal einstellen. Da mal einstellen. So. 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 Die sieht ein bisschen schief aus. Macht aber nichts. So. Ich stelle mal dahin. Da war's. Da war's. Geh dran. Ja, komm schon. Ah. Zack. Ähm. Denk kurz mal. Toll. Denk wieder nicht dran. Ab so. So. Jetzt kommt er näher an. Ja gut. Also passen tut er jetzt nicht mehr hier. aber wir können den einigermaßen da erst mal hinstellen ja was ist denn da hinten drin hier im gebärk x der steht hier nur so schief kann man den nicht drehen und und Hm. Um, ob ich das auch. da stehen hier können wir uns nachher unter die öffnung ja also acht abgehustet hier so ja auch das ist immer gut ich kann ja wirklich so machen es mir sagt dann geht man warum ist er so schieb weil sie nicht so schief sein das ganze raffiniert dann auch mal das zäunchen hier doch kein stäbchen oder wir hätten da noch ein den hier setzen wir mal hier hin dann können wir den nämlich da an ja das ist das ist das ist das ist das ist das ist also ist echt übel ja zu sehen dann habe ich hinten einigermaßen den alten schmatter wieder aufgebaut so ja also so coole tür so der baum auch kein mensch dann das hier verwerten ja mal nix nein das wird liegen ja dann gucken wir mal hinein was wir hier alte klin verwerten goh das ist die neue da hin da war das ding naja das ist kein richtiger studie aber zum lager warum jetzt zum lager was wurde waren die zäune also gegen da nicht okay kann man die nicht und du hast gelernt rechte maustaste so dann haben wir doch so weit aus was will daher hier was willst du in meinem haus was bleibt das bleibt das wird sich auch hier hier haben wir alles fertig machen wir später das bild geht hier rum kann man nicht verwenden ist da handy das deck so konnte ich eigentlich was ja mit dem trockner kann ich was reintun in die waschmaschine aber ich habe ja sowieso leider nichts also ich könnte sie jetzt auch nicht irgendwie drehen oder sowas deswegen ich nehme den schief da bewerten wir die so der raum ist sauber da steht der meiner hier ist der spiegel bleibt damit hat alles begonnen so und klappschuhe kommt weg damit was ist das bilder bleibt das bleibt so so schade dass man das hier nicht richtig hinschieben kann oder sowas oder dahin oder die da aber nein na komm Schau ins Bett. Dann haben wir es einigermaßen wieder schicklich hier drin. So, hier haben wir was drin. Ja, das Bett verwerten wir. Vielleicht kriegen wir ein richtiges Bett her. Tipp ich. Lass mal legen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir hier irgendwie noch was neues hinsetzen. Schiebes Bild ist gut. Wir fangen mal an hier bei mir. Ja, und zwar Möbel. Betten. Was haben wir da? Ja, das, das Bett. Alles solche komischen. Wir können ja das mitnehmen hier. Ähm. Ja. Und zwar. Man kann da hinten vielleicht noch. Behälter. Egal. Tisch. Sonstigens. Gucken wir mal unter Behälter. Großer Schlag. Großer Schlag. Hm. Der liegt groß. Hier Stahl. Zahn. Kommode, wie sieht die denn aus hier? Das ist einfach riesig. Gehen wir die da hin? Wir kriegen wahrscheinlich das da rein. Dann müssten wir vielleicht Werkzeugkiste, was haben wir denn? Kühlschrank. Ah, da ist schon Ruhe. Ja, coole Sachen. Ja, das ist riesig. Was ist denn da mit hier, ist das so riesig? Ja, das ist nicht. Bald geht das nicht. Uuuuh. Nein. Wieso? Dann haben wir hier einen Schrank. Dann packen wir da mal. Transfer. Äh. Alles nehmen. Ich glaub, sie sind überladen. Transfer und Kleidung. Also klar, das gehört dazu, dass man alles ein bisschen aufräumen. sowas. Deswegen ist es eine Baurunde und ja, gucken wir mal. Das kommt rüber. Ne, da ist so ein kleines nachher noch ein bisschen besser ein hier. Aber zuerst schmeißen wir die Sachen alle weg. So. Das war's. Der ist leer. Und? So. Das war's. Wieder raus. Erwerten. Obwohl er. So. Mhm. Machen wir das so. Möbel. Zwar für. Die Waffen. Trübe. So eine Trübe auch nicht schlecht jetzt eigentlich. Für die Waffen eigentlich jetzt, ne? Ja. Na. So. Darum unsere Waffen rein. Und. Oha. Oha. Das ist riesig. Okay. Irgendwie. Die. Ja. Obwohl der war eigentlich passend. Ne? Das ist eigentlich der gleiche. Hm. Natürlich. So. Dann. Wir machen das raus. Transfer. Ah. Alles. Boah. Voll überladen. So. Hier. Packen wir rein. Hm. 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 Da sind meine Klamotten drin. Da ist. Waffen drin. Oha. Oha. Und. Ich bin am Arbeiten. So. Das weg. Ach komm. Das weg. So. Möbel. Nochmal kurz was gucken. Hm. Das ist so ein Schrank. So. Da kommen Waffen rein. Und da kommt was rein. Eigentlich. Da. Da. hier transfer waffen die wir nicht brauchen baseball schläger billiard köh 10 hat das weg damit damit 13 wir haben 18 und 30 die ist schon mal besser das weg weniger natürlich das bleibt auch hier drin das kann weg splittergranate bleibt springmesser kann weg das bleibt bei uns in mehr eine rüber bevor wir wollen wir 24 ich schade. Nice. Die nehmen wir nachher vielleicht für uns noch... ähm, wo war ich? Wo war ich da? Lasermoskete bleibt bei uns. Die kann rein. Die bleibt. Dann stopp weg. So, dann sollte es sein. Zu uns. Transfer. Meine Waffen. Im Progewehr. Nicht nur eine. Zu viele Leiter. Minigang. Ja, eine im Bereich. Ja. Toll. Also. Die rein. Minigang rein. Das rein. Schlittergranaten. Die rein. Die rein. Die. Die. So. Das sind unsere Waffen. Da geh ich rüber. Wenn zwar... Waffen. Eins, zwei, drei. Da. 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 So. Das sind unsere. Fast. Na, Hundi. So. Hier brauchen wir... Ja, ist ja gut. Ähm. Ein Kühlschrank. Kühlschrank. Hab ich doch eben gesehen. Das ist kein Kühlschrank. Kühlschrank. Mildger. Ruhe. Kühlschrank. So, dann mal raus hier, Realtisch, sonst aus Strukturen. Wende, Dächer, Treppen, okay, was, Beton brauchen wir ja erst nicht, Ackerhaus, nice, okay, cool, ich glaube, uns fehlt ja hier eine Tür, wie sieht die aus, mit einem Fenster, würde ich sagen, weil da hinten geht es ja in unser Lager, Holz und Stahl, die sieht so aus, Ah, nice, cool, so, die Wand sollte vielleicht ein bisschen zugemacht werden, ne, das können wir aber mal gucken, ja, so, da, 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 ähm, da, Shit happens, so, was brauchen die denn, jetzt fangen wir mal an, ein bisschen bei denen rumzuarbeiten, Wursteln. Eifen. Brauch man nicht. Ackenheber. Lager. Nice. Erden. 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 Erwerden. Ähm. Das kann man alles gut brauchen. Erwerden werden. Haufen hier. Die bleiben. Der wird auch. Das Ding. Die auch. Die Wand. Kann bleiben. Oh, Schrott. Verwerten. Verwerten. Das verwerten wir. Das auch. In dem Haus kommt man sowieso nicht rein. In Ordnung gibt es hier sowieso nichts drin. Verwerten. So. Das ist weg. Das auch. Oh. Fußmatte. Lagern wir. Watte in der Werkstatt. einladen. So. Hier. Verwerten. 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 Dann sind wir so weit. Da. Nach da. Das ist unser Ding. Das alte Auto. Weg damit. wird. Alles. Ganz schön. Ist in der Zeit. Aufräumen. Alles. Aber man kommt ja nicht drum herum. Kann ich auch verwerten? Nein. Wäre ja übel. So. Liegt hier immer was kaputtes hier. Verwerten. Verwerten. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. So. Hier kann man eigentlich wo es verwerten. 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 So. Hier kann man eigentlich wo es verwerten. Verwerten. Also. Ja. So. Ja. Hier kann ich das verwerten. Äh. Das ist ja der Hit. Die packen wir ein. Naja. Das Ding ist sowieso kaputt. Eigentlich. Verwerten. Verwerten. Oh. Oh. Eine Schere. Nice. So. Tap. Lagern. Tap. Lagern. Tap. Werten. I see. Toll. Tap. Lagern. Ja. Dann wäre das Haus relativ. Baaah. So. Ja. Ja. ja das haus relativ sauber ja schon wieder scherbrett liegen das ist meins so wir machen kurzen cut sind hier gleich wieder da bei der nächsten da freunde es dauert ein bisschen aber wir zimmern hier mal was richtig geiles hin alles nach vorne bis dahin auf wiedersehen und bis zur nächsten folge